Der Ausbildungsmarkt in Euskirchen hat sich hervorragend entwickelt im letzten Jahr. Wir haben über 1000 Jugendliche, die sich um einen Ausbildungsplatz bemüht haben. Wir haben über 850 Ausbildungsstellen, die uns gemeldet worden sind. In beiden Fällen eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Was uns besonders freut, ist, dass die Geflüchteten zunehmend den Zugang zum Ausbildungsmarkt finden. Über 30% Steigerung im Vergleich zum Vorjahr bei den Geflüchteten, die Jugendlichen. Was uns auch freut, ist, dass die Zahl der Betriebe, die sich dem Thema Ausbildung wieder nähern, gestiegen ist. Es ist eine Trendumkehr im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren. Wir liegen damit, was die Beteiligung von Betrieben an Ausbildung angeht, auch über dem NRW-Schnitt. Wir liegen hier in Euskirchen bei über 22%.